Aus dem Fokus des Rotary Magazins 11 2022 der Text Viel getan, noch viel zu tun von Florian Quanz Ein gutes Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal und in der Stadt Hagen zeigt sich, wie die zielgerichtete Rotarische Hilfe effektiv gewirkt hat. Die Rotarier vor Ort erfahren viel Dankbarkeit, wenn gleich noch viele Flutschäden in der Region sichtbar sind. Die Flutkatastrophe hat unsere Hilfsfähigkeit an ihre Grenzen gebracht. Unsere Akkus sind immer noch ziemlich leer, sagt Rolf Schleppköter. Er nimmt einen Schluck aus der Kaffeetasse und blickt durch das Fenster hinaus. Draußen regnet es, als solle seine Gemütsstimmung passend untermalt werden. Er atmet durch. Noch einmal könnten wir das nicht leisten, resümiert er. Schleppköter ist Co-Präsident des RC Adenau-Nürburgring und blickt gedanklich zurück. Wir sind alle über uns hinausgewachsen. Er nimmt erneut einen Schluck und blickt wieder hinaus. Gut, dass wir jetzt nicht unterwegs sind. Rolf Schleppköter war den Nachmittag über mit zwei Klubfreunden, Past-Präsidentin Claudia Rössling-Marenbach und Arnold Hoffmann, Bürgermeister der Stadt Adenau, im Ahrtal unterwegs. Nun sitzt er in einem kleinen Café im Zentrum von Adenau. Er gönnt sich eine Ruhepause. Der 14. Juli 2021 hat nicht nur das Leben im Ahrtal auf den Kopf gestellt, sondern auch die Arbeit des Rotary-Clubs Adenau-Nürburgring. Eine Flut hat sich durch das Ahrtal gewälzt, hat Autos und Häuser mitgerissen, Menschenleben gefordert. Bereits am nächsten Tag waren die Rotarier zur Stelle. Wir haben uns bewusst auf zielgerichtete Soforthilfe konzentriert, erklärt Schleppköter. Auf einem schnell eingerichteten Hilfskonto war innerhalb von zwei Wochen eine halbe Million Euro. Damit einhergehend war der Klub gefordert, verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen. Keine neue Situation für ihn, aber solch eine Summe hatte der Klub zuvor nicht verantwortet. Gut ein Jahr später können die Rotarier im Ahrtal auf immense Hilfsleistungen zurückblicken, die sie gestemmt haben. Wir agierten wie ein eingespieltes Team im Klub, obwohl wir das gar nicht waren, bilanziert Schleppköter. Jedes Klubmitglied habe signalisiert, was es imstande sei zu leisten und habe dementsprechend mitgeholfen. Von Anfang an haben die Adenauer Rotarier verstanden, das rotarische Netzwerk bestens zu nutzen. Am zweiten Tag nach der Flutkatastrophe habe ich die großen Hersteller aller zur schnellen Ersthilfe benötigten Produkte, wie zum Beispiel IBC Wasserkontainer recherchiert und dann die Eigentümer- und Managementseite mit Personen im Mitgliederverzeichnis verglichen. Eckhard Schneider war dann mein rotarischer Treffer bei den Wasserkontainern. Ernst Pfaff beim Hersteller Scheppach und Markus Tannhuber beim Hersteller Einhell waren die Treffer für Stromaggregate, Wasserpumpen und Elektrowerkzeuge. Die Hilfsbereitschaft war sofort da. Das war großartig. Noch heute ist Schleppköter die Freude darüber anzusehen. Im Gesicht war ich die Ermüdung nun einem Lächeln. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als ich zum ersten Mal von meinem Büro am Nürburgring aus auf dem Rennstreckengelände Bundeswehr- und Technisches Hilfswerk abblickt habe. Da ist mir warm ums Herz geworden. Auch an ein Telefonat mit der rotarischen Freundin Birgit Weichmann denkt Schleppköter gern zurück. Die Frage, die bei uns sofort aufkam, war, wie kann RI helfen? Nach diesem Gespräch kontaktierte Weichmann Holger Knark und schon wurden Hebel über die Grenzen Deutschlands hinweg in Bewegung gesetzt. Nur Tage später kamen 100 Bautrockner aus der Schweiz. Das oft beschworene rotarische Netzwerk, hier hat es all seine Stärken ausgespielt. Und der kleine Club Adenau-Nürburgring war mittendrin. Drei Stunden zuvor. Rolf Schleppköter sitzt mit zwei weiteren Clubmitgliedern im Auto. Vom Parkplatz vor dem Rathaus Adenau fahren sie Richtung Ahrbrück. In den zurückliegenden Monaten waren sie unzählige Male im Ahrtal unterwegs, um bei Betroffenen vorbeizuschauen, denen sie geholfen haben. Auch am heutigen Tag wollen sie sich einen neuen Eindruck verschaffen. Bürgermeister Arnold Hoffmann blickt zurück. Rotarische Freunde aus Italien haben uns geholfen und 35 Bautrockner zur Verfügung gestellt. In der Hochphase der Corona-Pandemie half Adenau der Partnerstadt Castione della Presolana. Und über den dort ansässigen Rotary Club Clusone revanchierten sich die Italiener für diese Hilfe. Gegenseitige Solidarität sei hier zum Ausdruck gekommen. Das Auto fährt entlang des schmalen Ahrtals. Die Ahr fließt ruhig in ihrem Flussbett. Wer heute auf sie blickt, kann sich nicht vorstellen, dass dieser Fluss einst zu einer meterhohen Todesflut wurde und ganze Häuser mit sich riss. Nun geht es vorbei an Hönningen. Hier war mal ein Rad weg. Der ist weg, erklärt Claudia Rössling-Marenbach, die auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat. Noch immer sind viele Baumaschinen im Tal zu sehen und Schuttberge türmen sich. Die Flutkatastrophe ist auch gut ein Jahr später noch sichtbar. Dafür bedarf es keiner zwei Minuten Fahrt durch das Ahrtal. Bei den drei Rotariern kommen immer wieder die Erinnerungen hoch. Die Ortschaft Lias war zwei Wochen von der Außenwelt abgeschnitten, erzählt Hoffmann. Seine Freunde nicken. Ich weiß noch genau, wie ich mit dem Fahrrad unterwegs war, um meine Schwiegermutter zu finden. Immer wieder kommt Hoffmann im Laufe der Fahrt auf die am Ende erfolgreiche Suche nach seiner Schwiegermutter zu sprechen. Die verzweifelte Suche nach Angehörigen, die nicht erreichbar waren, hat sich tief ins Gedächtnis eingebrannt. Zu jedem Ort, den sie passieren, haben sie etwas zu erzählen. In Altenburg kamen Wochen nach der Katastrophe bei Claudia Rössling-Marenbach erstmals die Tränen. So stark die Menschen im Ahrtal nach der Katastrophe auch waren, so sehr sie auch anpackten, um zu retten, was zu retten ist, irgendwann war jeder mit seinen Nerven mal am Ende. Gedenkfeiern, die eigentlich Trost spenden sollten, wurden zu einer extremen Belastung. Dabei kamen so viele Erinnerungen hoch, gibt sie offen zu. Bagger stehen am Straßenrand. Immerhin sind im Vergleich zur Tour im vergangenen Jahr viele Straßen inzwischen wieder befahrbar. Das Auto biegt nach rechts Richtung Altenaar ab. Hinter der Eisenbahnbrücke machen die Rotarier Halt. Noch immer ist die Brücke im zerstörten Zustand zu sehen. Wann mal wieder Züge durch das Ahrtal fahren? Die Brücke steht heute wie ein Mahnmal im Tal und erinnert den Club-Präsidenten an die vergangenen zwei Jahre, die dem Club zusetzten. Wir sind von einer Katastrophe in die nächste gekommen. Erst kam die Corona-Pandemie und dann die Flutkatastrophe, sagt Schleppköter. In der Zeit, in der sie sich nur online treffen konnten, hätten sie drei Mitglieder verloren. Die persönlichen Treffen im Rittersaal des Hotels Blaue Ecke seien eben durch nichts zu ersetzen. Als wäre das nicht schon hart genug gewesen, habe die nachfolgende Flutkatastrophe nochmal richtig Kraft gekostet. Weiter geht die Fahrt. Eine Behelfsbrücke wird überquert und der Ort Insel erreicht. Die Rotarier wollten sich eigentlich nun mit dem Kfz-Meister Dirk Hupperich treffen. Der konnte dank finanzieller Hilfe der rotarischen Gemeinschaft eine neue Hebebühne anschaffen. Die Hebebühne ist auch da. Ein VW-Bus steht darauf, nur Dirk Hupperich ist nicht anwesend. Stattdessen werden sie freundlich von seiner Schwester Tanja Hupperichs helfen und ihrem Mann empfangen. Mein Bruder ist ein paar Tage in den Urlaub gefahren. Er brauchte mal eine Auszeit, berichtet sie. An seiner Stelle dankt sie für die rotarische Hilfe. Ihr Bruder könne nun wieder arbeiten und Geld verdienen. Ein Stück weit sei Normalität eingekehrt. Ein Stück weit. Die Kanalisation sei noch immer nicht intakt in Insel. In Antweiler, der nächsten Station auf der Rundfahrt, traf Claudia Rössling-Marenbach im vergangenen Jahr einen völlig desillusionierten Pizzabäcker an. Am heutigen Tag strahlt Wolfgang Pinhammer und ist wesentlich gesprächiger. Seine Pizzeria, da Paolo due, erstrahlt im neuen Glanz. Tische und Stühle stehen so bereit, als wolle er gleich Gäste empfangen. Die von Rotary organisierten Bautrockner haben ganze Arbeit geleistet. Nächste Woche geht es vielleicht schon los hier, sagt Pinhammer und lächelt. Helfer Markus Eiting ist nicht so optimistisch. Realistisch wird die Pizzeria wieder in drei Wochen aufhaben. Bis dahin will er gemeinsam mit dem Rotarier Thomas Hahn, der an diesem Tag nicht anwesend ist, und dem gesamten Rotary-Club weiterhelfen, dass das Lokal eine Zukunft hat. Eine Zukunft. Die wünscht sich der TUS Vollmetall für seine vereinseigene Sporthalle. Auch ein Jahr später kann darin noch kein Sport getrieben werden. 265.000 Euro Fluthilfe haben wir beim Land Nordrhein-Westfalen beantragt, bislang aber keinen Cent erhalten, berichtet Vorstandsmitglied Uwe Leicht. Die rotarischen Hilfsgelder flossen dagegen schnell, und der Verein ist dem Rotary-Club Hagen noch heute dankbar. Die Wände sind inzwischen trocken, doch ein neuer Hallenboden fehlt nach wie vor. Auch deshalb denken die Rotarier bei der Unterstützung langfristig. Thomas Spruth und Hermann Backhaus sind gemeinsam mit Gouverneur Wolfgang Schröter auf einer Tour durch Hagen, um sich vor Ort bei Betroffenen, denen Rotary half, nach der aktuellen Situation zu erkundigen. Mit dem Verein stehen sie im regelmäßigen Austausch. Sie wissen, dass noch viel Zeit und Geld benötigt wird, ehe wieder Sport in der Halle getrieben werden kann. Die fehlende Halle trifft die Sportler hart. Der Verteidigungskurs für Frauen, Kinder und Jugendliche kann nicht mehr angeboten werden. Auch Badminton findet nach wie vor nicht statt, erklärt Vorstandsmitglied Dietmar Gebhardt. Es sei nicht gelungen, für alle Sparten eine Ausweichhalle zu finden. Dieses Jahr findet in dieser Halle definitiv kein Sport mehr statt, stellt er klar. Trotzdem blickt der Verein optimistisch in die Zukunft und hat auch Pläne mit dem Feldhandballareal vor der Halle. Das wollen wir umgestalten zu einem Treffpunkt für die verschiedenen Generationen hier im Vollmetall, erklärt Leicht. Unter anderem eine Buhlbahn sei geplant. Als Feldhandballplatz wolle man das Rasenstück nicht mehr nutzen. Dafür gäbe es keinen Bedarf mehr. Sofort signalisieren die Rotarier auch hier ihre Hilfsbereitschaft. Unsere angebotene Hilfe beruht auf drei Säulen. Soforthilfe, Prävention und Jugendförderung. Da diese Umgestaltung auch der Jugend zugutekommen würde, bringen wir uns gerne ein, erklärt Thomas Sprut. Was unter Prävention zu verstehen ist, erklärt Sprut im Nachgang. Wir unterstützen Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie die DLRG. Eindrucksvoller Beleg, sieben Boote wurden im März für die DLRG bestellt und befinden sich im Bau. Aber nicht nur diese Hilfe beeindruckt den mitanwesenden Governor des Distrikts 1900, Wolfgang Schröter. 2.850 ehrenamtliche Stunden haben die rotarischen Freunde des RC Hagen in Sachen Fluthilfe geleistet. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht diesbezüglich unterwegs sind oder am Schreibtisch sitzen, sagt Hermann Backhaus. Für ihr Engagement erhalten sie viel Lob und Dank. Ohne die finanzielle Hilfe von Rotary hätten wir keine Basis gehabt, neu anzufangen, erzählt Bernd Zeugner. In seinem Rheinhaus im Hagener Stadtteil Delstern stand das Wasser mehr als eineinhalb Meter hoch. Wussten er und die anderen Anwohner der Siedlung direkt nach der Katastrophe nicht, wie es weitergehen soll, haben sie nun ihr Zuhause wieder. Eine neue Heizung wurde angeschafft, die Stromanlage erneuert und neue Möbel wurden gekauft. Ohne rotarische Hilfe, aber auch ohne den Zusammenhalt innerhalb der Nachbarschaft, wäre das undenkbar gewesen. Dennoch hat die Katastrophe langfristige Spuren hinterlassen. Ein Nachbar hat mehrere Schlaganfälle erlitten, berichtet Michelle Müller. Der ganze Stress nach der Flute habe ihm zugesetzt. Wer eine psychologische Beratung braucht, darf sich gerne bei uns melden. Wir vermitteln da schnell etwas, sagt Thomas Spruth an diesem Tag mehrfach. Miriam Adolfs, die mit ihrem Mann in der Siedlung die Koordination der angebotenen Hilfe übernommen hat, verspricht, das Angebot bekannt zu machen. Mit ihrer positiven Grundeinstellung hat sie auch viele Nachbarn angesteckt. Adolfs hat es stets geschafft, auch das Gute zu sehen. Den noch besseren Zusammenhalt der Nachbarschaft, die guttuhende Hilfsbereitschaft aus dem ganzen Land und in ihrem Haus die neuen Raumnutzungen. Dort, wo früher die Öltanks unserer Heizung standen, hat meine Oma endlich eine eigene Abstellkammer. Die Adolfs stiegen auf eine Gasheizung um. In der Flut der Fäume schwimmende Öltanks wird es hier nicht mehr geben. Das war der Text »Viel getan, noch viel zu tun« von Florian Quanz aus dem Rotary Magazin 11 2022. tip 2021 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020